Die CDU hat auf dem letzten Bundesparteitag ein Parteireformprogramm beschlossen unter der Überschrift MEINEN CDU 2017. Das wollen wir jetzt in den Verbänden umsetzen. Sie experimentieren mit neuen Veranstaltungsformaten morgen bei der CDU in Hannover. Wie sieht das konkret aus? Wir versuchen einfach die Beteiligung am Wahlprogramm zu erhöhen und zu verbessern. Bislang ist es ja so, dass man, wenn man Änderungen am Parteiprogramm oder am Entwurf des Parteiprogramms oder Wahlprogramms haben will, das über seine Orts- oder Gemeindeverbände machen muss. Dort werden dann entsprechende Anträge an die Regionspartei gestellt und dann wird auf einem Parteitag darüber entschieden. Dass der Parteitag am Ende über das Wahlprogramm entscheidet, ist nach wie vor so. Aber es geht nicht nur über die Stadt- und Gemeindeverbände oder die Ortsverbände, sondern wir machen eine direkte Beteiligungsmöglichkeit, in dem in einem World Café Format, so heißt das bei uns, interessierte Parteimitglieder zusammenkommen können und über die einzelnen Themen diskutieren können. Und wir würden das dann aufgreifen und entsprechend ins Parteiprogramm und ins Wahlprogramm einfließen lassen. Können Sie uns noch verraten, was World Café genau heißt? Ja, damit konnte ich am Anfang auch nicht so viel anfangen mit dem Namen an sich. Es sind fünf oder sechs Tische, je nachdem wie viele Themen ich zu beackern habe, für jeden Tisch ein Thema. Dort gibt es einen Moderator, der kurz ins Thema einführt und dann können kleine Gruppen von acht bis zehn Leuten sich mit Fragen oder auch Anregungen zu diesem Thema äußern. Das wird dann schriftlich fixiert und am Ende gibt es dann, wenn man sozusagen alle Themen und alle Tische einmal durchlaufen hat, eine Zusammenfassung. Und wir haben dann als Parteivorstand die Möglichkeit, sehr genau zu untersuchen, was davon eigentlich dann auch es wirklich wert ist, dann übertragen zu werden. Ich glaube, das ist eine ganze Menge, was wir da an Anregungen kriegen können und davon profitieren wir alle.